Wir demonstrieren hier heute gegen den G20-Gipfel in Hamburg, wo Trump und Erdogan und Putin und Merkel zusammenkommen, um über die Verteilung der Reichtümer der Welt zu reden. Und sie haben sich auch den Widerstand eingeladen, deswegen sind wir heute hier. Und wir werden nach Hamburg fahren mit Zehntausenden und dagegen demonstrieren. Lasst uns gemeinsam nach Hamburg gehen, lasst uns Front machen gegen den G20-Gipfel. Warum machen wir Front gegen den G20-Gipfel? Weil da treffen sich sozusagen die Kapitalisten aller Länder und versuchen weltweit den Kapitalismus wieder auf Spur zu bringen nach den Krisen, sich langsam wieder zu berappeln und da haben wir was dagegen. Und deshalb werden wir versuchen, das zu stoppen und endlich aufzulösen, dass es endlich keinen Hunger mehr auf der Welt gibt, keine Ausbeutung und keine Unterdrückung, weil dafür steht dieser G20. A, 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 A